so meine lieben freunde ich bin heute in der kapuzinerstraße in linz heute mal nicht unter tage sondern über tage und wir wollen uns noch was ganz kurz anschauen ich war eh schon unten gewesen auch da drüben auf der anderen straßenseite das sind lüftungs für die belüftung für den aktienkeller direkt unter der kapuzinerstraße befindet sich der aktienkeller auch hier oben sehr gut zu erkennen für die belüftung des aktienkellers hier oben ist noch so ein lüftung lüftungsteil auch dort steht noch so ein teil hier unten drunter befand sich der keller der aktienbrauerei so hier noch mal ein blick über die kapuzinerstraße links neben uns ist der botanische garten wo sich praktisch die stollenanlage die relativ große stollenanlage unten drunter verbinde verbirgt so hier bei den texten so hier bei den karten Hier kommen wir wieder an einer Sonnenbelüftung vorbei. Auch da drüben im Garten steht so ein Teil. Die ganze Kapuzinerstraße Linz ist unterhöhlt.